Gesundheit, Harmonie, Glück und Erfolg werden Sie nicht im Außen finden, sondern nur in Ihnen selbst. Das ist ein Ausspruch von Renate Schmidt, die auf dem Gebiet der medialen Lebensberatung mit ihrem selbst entwickelten, spirituellen Coaching bekannt geworden ist. Seit Jahren arbeitet sie mit vielen Persönlichkeiten in den unterschiedlichsten Lebenssituationen zusammen. Ihre hingebungsvolle und intuitive Art, kombiniert mit einem hohen Maß an Verantwortungsbewusstsein, vertrauensvoller Ruhe und offener Klarheit, zeichnen sie aus. Sie ist in der Lage, zum wahren Selbst eines Menschen durchzudringen, um ihre Schwächen in Stärken umzuwandeln. Ihre medialen und heilerischen Fähigkeiten kommen ihren Kunden bei dieser Arbeit sehr zugute. Hören Sie einmal selbst, was Ihre Kunden zu sagen haben. Ich möchte Renate von ganzem Herzen danken. Ich kenne sie jetzt elf Jahre und sie hat mir aufgezeigt, welche Potenziale in mir stecken, was wirklich mein Weg ist und welchen Weg es sich für mich lohnt zu gehen bzw. zu leben. Renate als Person hat mich persönlich aus einer sehr tiefen menschlichen Krise wieder herausgeholt. Es hat mich mit sehr viel Herzlichkeit, mit sehr viel Liebe gemacht, mit einer sehr hohen Professionalität. Aus jeder Krise gibt es einen Weg, der wieder herausführt. Es kommt nur darauf an, wie Sie es angehen. Sie hat ein schnelles Empfinden für die richtige Persönlichkeit. Was strahlt jemand aus, was ist er wirklich und welche Muster, welche Rollenverhalten haben wir drauf und wie passen die zur Persönlichkeit, passen die, passen die nicht. Manch einer muss dafür Jahre studieren, um die Zusammenhänge zu verstehen. Renate gehört zu diesen Menschen, denen das einfach gegeben ist. Und das richtig anzuwenden, ist dann ja nochmal eine Kunst und auch die beherrscht sie. Im positiven Sinne für die Menschen, die mit ihr arbeiten dürfen. Das Leben verbirgt viel Glück, viel Freude, viele spannende Abenteuer. Nur wir, wir müssen uns schon auf den Weg begeben, um dieses auch finden zu können. Ich kann sie im Prinzip nur weiterempfehlen, weil ich selbst erfahren habe, wie sie arbeitet, was sie vor allen Dingen mit mir erreicht hat, was ich dadurch genau erreicht habe. Und für mich ist Renate im Prinzip der Coach überhaupt und insofern kann ich sie nur weiterempfehlen. Ja, seitdem ich hierher gekommen bin, weiß ich einfach mehr, ja, in welche Richtung mein Weg geht. Ich war mir nicht immer ganz so sicher, ja, was ist jetzt der richtige Weg. Aber durch Renate habe ich in die richtige Richtung gefunden. Wir sind die Akteure unseres Lebens. Wir ganz alleine. Und ja, ich bin einfach viel glücklicher und selbstbewusster geworden, also habe mein Selbstbewusstsein eigentlich gestärkt und werde eigentlich auch immer gelassener, was auch immer so ein bisschen ein Problem bei mir war. Ich kann mit ganz viel Dankbarkeit sagen, dass ich glücklich bin, sie kennenzulernen dürfen. Sie hat sehr, sehr viel in meinem Leben bewegt. Also, ich brauche nicht zum Arzt gehen, ich brauche nur Renate anrufen oder Renate besuchen und dann weiß ich, was ist wirklich, was ist mein Thema, was steht jetzt an. Und davon bin ich sehr dankbar und da, wo ich jetzt bin, hat Renate mir sehr viel Unterstützung gegeben. Danke. Sie ist ein wahnsinnig toller Coach. Sie versteht es, die richtigen Impulse zur richtigen Zeit zu setzen, dass man da wieder ein ganzes Stück weiterkommt. Ach, was ich noch sagen wollte, ich bin wirklich dankbar und ich kann es einfach nur jedem empfehlen, der sich mit den wichtigen Dingen des Lebens oder wichtige Fragen hat und die beantwortet haben möchte, mit Renate in Verbindung zu setzen. Manchmal kommen wir im Leben in Situationen, wo es wirklich darauf ankommt, dass wir Mut zeigen und es angehen. Und dabei würde ich Ihnen sehr gerne behöflich sein.